Ein schwieriges Thema, eine schwierige Person, eine schwierige Zielgruppe. Darauf erstmal ein saftiges Gamer-Energy. Das Ding ist, Monte hatte mich schon mal blockiert auf Twitter und ich glaube, das wird sich nach diesem Video wiederholen. Ende 2016 hatte nämlich jemand bei ihm kommentiert, als er irgendwie 400 Euro an irgendeine Organisation oder so gespendet hatte. Das ist ja überhaupt nichts Großes für Monte, wer und 400 Euro hat er doch locker in der Tasche und deswegen ist es überhaupt gar nicht krass, dass er 400 Euro donated hat. Der Typ meinte dann aber trotzdem, Monte, bester Mann. Und MontanaBlack hatte diesen Kommentar bei Twitter als Bild gepostet und dazu geschrieben, das ist der dümmste Kommentar 2018. Äh, 16. Und ich hatte dann darauf geantwortet, oh Mann, ja, du hast recht. Wie kann man dich nur als besten YouTuber bezeichnen? Fand ja wohl nicht so lustig. Passive Spritzer-Aktion, OX-Charlie. Also schon damals hat es sich gelohnt, mir auf Twitter zu folgen, at ox-charlie. Und dieses Video entsteht praktisch wieder nur durch Twitter. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen David Heinz's Tweet retweetet, indem er sagt, Yo, was wundert sich Twitter Deutschland eigentlich darüber, dass Monte sich assi äußert, wenn er sich eh schon die ganze Zeit öffentlich asozial gibt? Also das war jetzt nicht David Heinz Wortlaut, aber das war im Endeffekt so das, was er damit ausdrücken wollte. So meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich das retweetet hatte und Totti mir folgt und MontanaBlackTotti folgt, hat Totti meinen Retweet gescreenshottet und ihn dann gepostet. Und Totti hatte mich dann in seinem Tweet gefragt, ob ich nicht auch nur einer von diesen Feministen bin, so auf Spaßbasis, würde ich mal behaupten. Und daraufhin hat MontanaBlackTotti entfolgt. Es ist noch ein bisschen komplizierter als bei der Vizca-Bassel-Situation vor umgut eineinhalb Jahren, aber der Ursprung ist wieder mal Totti. Aufgrund von MontanaBlack's Aussagen und vor allem den Reaktionen auf MontanaBlack's Aussagen, habe ich mich dann folgendes gefragt. Wie heißt OX-Charlie eigentlich auf Instagram? Charlie Waffles. Einfach Charlie Waffles? Nee, natürlich ist der größte deutsche Twitch-Streamer vielleicht gar nicht mal so das gute Vorbild für seine Zuschauer. Zumindest was diesen Themenbereich angeht, sage ich jetzt mal. Auslöser für diese ganze Sexismus-Diskussion war eigentlich nur eine komische Frau, die sich über Manspreading öffentlich aufregt. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was Manspreading ist, das ist, wenn man sich als Mann in eine Bahn setzt oder eine U-Bahn oder was weiß ich, irgendein öffentliches Verkehrsmittel und sich dann breitbeinig hinsetzt. So von Natur aus, sage ich mal einfach. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass, weil dann können Frauen nicht mehr da sitzen. Es sei denn, sie fragen. Und wer fragt schon? Das ist nämlich das eigentliche Problem. Starke Persönlichkeiten bzw. auch starke Frauen können nicht einfach irgendeine random Person in der Bahn fragen, ob derjenige vielleicht seine Beine zusammen machen kann, damit da auch andere sitzen können. Neben einem. Ich check's auch nicht so ganz. Ich hatte auf diesen Tweet auch geantwortet und Montana Black eben auch, aber wir hatten das auf jeden Fall in verschiedene Weisen interpretiert, sage ich mal. Ich hatte nämlich darauf geantwortet, okay, wenn das Manspreading jetzt Frauen einschränkt, was ist denn zum Beispiel bei Konzerten, wenn Frauen hukepack von ihren Freunden getragen werden und die Leute dahinter nichts mehr sehen? Ist das jetzt auch sexistisch? Ist das cool? Ist das cool? Ich hatte auf meinen Tweet sehr viel Zustimmung bekommen, aber die Frau, die sich über Manspreading aufgeregt hat, hat prompt dagegen argumentiert. Sie entgegnete nämlich... Sie hat mich dafür einfach blockiert. Wirklich. Sie hat mich... Sie hat mich dafür einfach blockiert. Also ohne Scheiß, ich hatte mich wirklich gefragt, ob man da irgendwie gegen argumentieren kann oder ob das jetzt nicht sexistisch ist, weil Frauen sind ja auch tendenziell kleiner vom Körperbau und dann ist das vielleicht gerechtfertigt oder ist das... I don't know. Ja, auf dem Account von UX-Charlie auf Twitter geht's ab, Freunde. Am besten mal followen. Und nicht nur auf dem Twitter-Account, Freunde. Was geht denn hier los? So, und Monte hat auch auf diesen Tweet geantwortet. Ich weiß leider nicht, was er genau getweetet hat, aber auf jeden Fall musste Twitter das daraufhin löschen von ihm. In seinem darauf folgenden Tweet, der jetzt auch noch öffentlich ist, meinte er dann aber, naja, Digga, wenn verbitterte Emanzen meinen, gegen Männer zu hetzen, dann ist es doch selbstverständlich, dass zurückgebliebene Chauvinisten dann auch gegen Frauen hetzen können. Und daraufhin hat er Zuspruch von seinen Followern bekommen. Ja, äh, Hass mit noch mehr Hass zu begegnen, das ist historisch immer gut gewesen. Auf Aktion gibt's auch Reaktion. Ja. Ja, das macht Sinn. Jemand mit einem Spongeboss-Profilbild meinte dann darauf auf den Tweet von Monte, aber Hass kann auch nicht mit Hass beantwortet werden. Monte meinte daraufhin, wenn ich sage, dummes Vibe oder am Ende machst du die Beine breit, dann ist das kein Hass, sondern Realtalk aus dem DX Racer. Digga. Wenn jemand mit einem Spongeboss-Profilbild auf Twitter eine zeitgemäßere Moralvorstellung als du hat, wie bist du denn der größte Twitch-Streamer in ganz Deutschland geworden? Digga, wo sind wir hier gelandet? An der Stelle einfach mal Z-Charlesen auf Twitch folgen, dann gibt's bald eine neue Nummer 1 in Deutschland. Bald. Natürlich hat der Tweet von dieser Louis-Katharina nichts mit wirklichem Feminismus, der für Gleichberechtigung kämpft, zu tun. Natürlich ist auch sowas wie Manspreading kompletter Schwachsinn. Aber wenn Schwachsinn gepaart mit Schwachsinn dafür sorgt, dass der größte Twitch-Influencer einfach mal sexistische Sachen tweetet, dann ist hier irgendwas falsch, Leute. Oh. Im Statement von Monte ein paar Tage darauf, beziehungsweise im Entschuldigungsstatement, wird's dann aber noch ein bisschen besser. In meinem Tweet ging es nicht darum, dass ich eine Person beleidige, sondern, dass mich bestimmte Aussagen einfach stören. Dummes Vibe, am Ende machst du die Beine breit. Außerdem nervt es mich, dass alle in meinen Tweet hineindichten. Dummes Vibe, am Ende machst du die Beine breit. Der Anfang mit dummes Vibe. Der dreihebige Jambus in der ersten Strophe. Richtig. Richtig, richtig. Was möchte uns der Künstler damit sagen? Was könnte der Künstler damit gemeint haben? Montana Black Tweets sind fast so überinterpretiert wie Franz Kafka Texte. Und das heißt was? Brief an den Vater, die Verwandlung, einfach nur alles Realtalk aus dem DX Razer. Meine Interpretationshypothese zu Montana Blacks Tweets. Der Autor denkt nicht allzu reflektiert. Macht Montana Blacks Entschuldigungsstatement, indem er sich nicht dafür entschuldigt, dass er so ein komisches Weltbild von Frauen hat, sondern nur dafür, dass er sich dabei sehr drastisch ausgedrückt hat. In jetzt so einem komplett schlechten Vorbild für seine Zuschauer? Nicht direkt. Ich meine, er wird ja auch dafür gefeiert von seinen Fans, eben besonders menschlich zu sein. Er ist so ein bisschen dödspatlig. Er ist sehr triebgesteuert. Und ja, Montana Black eben. Außerdem denke ich, dass er gerade auch sehr viel emotional verarbeiten muss, da er ja auch die Trennung durchmacht von seiner Freundin, mit der er acht Jahre zusammen war, soweit ich weiß, und nebenbei doch irgendwie sein Business weiterführen muss. Was seine Äußerung auch in keinem Fall, in wirklich keinem Fall rechtfertigen sollte. Allerdings ist es eben menschlich. Es ist menschlich extremistisch für Emanzipation zu kämpfen. Und es ist auch genauso menschlich, veraltete Rollenbilder im Kopf zu haben. Es gibt kein perfektes Vorbild. Es gibt keinen perfekten Influencer. Beziehungsweise selten auch Leute, die nah dran sind an Perfektion. Es ist recht, was YouTube und Twitch angeht. Und ich meine, da nehme ich mich jetzt auch nicht mit aus. Montana Black ist aufgrund dieser Ansichten oder wegen diesen Äußerungen kein schlechter Mensch. Macht ihn das in dieser Situation allerdings zu einem unreflektierten, uneinsichtigen Idioten?